Zentrum und Peripherie. Die Zuschreibung scheint eigentlich klar zu sein. Die Mitte ist, wo viele sind. Ganz so einfach ist es nicht. Denn zunächst ist in der Mitte fast gar nichts. Jedenfalls in dem Zugriff, wie er beim hörenswerten Auftritt von Mitgliedern der Frankfurter Gesellschaft für Neue Musik in der Blackbox im Münchner Gastag am 23. November 2013 präsentiert wurde. Dunkelheit, Bandrauschen, Vogelgezwitscher, Traktorengebrumm, Mückengesumm, Stille. Wir sind akustisch in Mücke, einem kleinen Ort, der genau die Mitte Hessens bezeichnet. In der geografischen Mitte die Leere. Transponiert in den Konzertsaal als akustische Mitte die Stille, das Zentrum ist frei. Auf das kann man sich beziehen. Um diese leere Mitte kreisend, wie sie Matthias Monrad Möller in seinem Hörspiel Mücke Mitte realisiert hat, sie immer wieder akustisch evozierend, entspann sich ein aufregender Abend mit kurzen, konzentrierten, individuell von Leidenschaft und Eigensinn geprägten Kompositionen, die in ihrem minimalistischen Format aufs eindrücklichste und selbstverständlichste die oft polemisch bekrittelte Randständigkeit der neuen Musik als Signum einer eigenen neuen geistigen Mitte erfahrbar machten. Die fünf Trainingseinheiten zu Schleifers Methoden für Cello waren Körperklangstudien am Cello-Material. Instrument wie Körper der Musikerin sind das Material, das die Musik generiert. Wie in einem Trainingsplan sind die Sätze mit Ausdauer, Kraft, Koordination, Regeneration, Strategie überschrieben. Der Instrumentalist darf nicht eine weiße Wand sein, an der man einen Klang wie ein Bild aufhängt, so zitiert der Komponist Robin Hoffmann Michael Kasper. In Jonathan Gransow's Playmobil-Tänzen für Klavier war die Versuchsanordnung ebenfalls streng. Einzelne Positionen der Spielzeugfiguren dienten als Strukturmatrix für Spielpositionen der Pianistin. Ein Wexierbild von Starrheit und Leben entstand. Das Leben als Klangschatten. In Rolf Riems berühmten Noturno für die trauerlos Sterbenden für Gitarre war im leisesten Hauch der vergehenden Klänge das Echo von Hass und Empörung gegenwärtig auf das Riemen 1977 reagierte. Das Schmeiß-Sie-In-die-Kanalisation, herausgeschleudert gegen die toten Stammheim-Häftlinge, vibrierte im Verstummen nach. Christopher Brantz, 1991, aus 1000 Sonaten für Cello und Gitarre, sowie die Studie für Kontrabass-Klarinette, allmählich aber die Gedanken einschläfernd, siedelten ebenfalls an der Grenze des Verstummens und bezogen sich so auf das unaufgesprochene Motto ist ungewöhnlich durchkomponiert im Konzert abends an der Grenze zum Nichts und schon nicht mehr, lässt sich als stilles Zentrum eine Gegenwärtigkeit erfahren, die leicht zu übertönen, aber schwer zu überhören ist, wendet man sich ihr zu. Zum Gelingen dieses Auftritts der Frankfurter GNM, der im Rahmen der Reihe Fernbeziehungen von der Pianistin Despina Apostolu Hölscher konzipiert und vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München finanziell unterstützt wurde, trug das hohe Niveau der Instrumentalisten Marie Schmidt, Violon Cello, Steffen Ahrens, Gitarre, Despina Apostolu Hölscher, Klavier und Richard Haynes Kontrabass-Klarinette entscheidend bei. Untertitelung des ZDF, 2020